Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermachen und wie es weitergeht und bei geheimischen Sachen zu vermachen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und heute vermehren wir Eukalyptusbaum. Das zeige ich euch jetzt. Da haben wir die Samen und jetzt haben wir die Anbauen. So, jetzt hole ich euch her. Hier haben wir Anzuchterde und hier haben wir einen Topf, den wir mit Anzuchterde füllen. So, ich schalte voll. So. Jetzt da mal angießen. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt da mal gescheit angießen, die Anzuchterde. Das richtig nass ist. Jetzt schneiden wir die Samenbackerl auf. Und holen die Samen raus. Ist nochmal eingepackt. So klein sind die Samen. Und jetzt schneiden wir die Samen. Und jetzt schneiden wir die Samen auf. Und jetzt verströmen wir es auf die Erde. Jetzt da mal mit der Erde. Dünn bedecken. Dünn. Sehr dünn. Und jetzt sprühen wir mit dem Wasser an. Ökalyptus. So haben wir es vermerkt. Ökalyptus. Jetzt habe ich Etikett geschrieben. Ökalyptus und das Datum von heute. Und jetzt stecken wir das hinein. Und jetzt sprühen wir nochmal an. Richtig gut nass ist. Jetzt kommt ins Minigewächshaus. So dabei die Physiolistamas hinein. Und jetzt da mal den Deckel zu machen. Dann ist eine hohe Luftfeuchtigkeit drinnen. Und bis sie lüften. So. Passt. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schauts in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schauts Kanal Info. Schauts bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teil das Video mit eurer Freunde. Und mit Familie. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren. Und dann verpasst ihr keine Livestreams mehr. Und keine Videos mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Murati. Ciao, ciao. Ciao, ciao.